so hallo und herzlich willkommen meine lieben freunde und vielleicht auch neue zuschauer zu einer weiteren folge lspdfr und ja wir sind an der gleichen stelle wie letztes mal das ist ja scheiße, den nehmen wir safe nicht an, das ist gleich neben uns ja wir fahren weiter, eieiei was machst du denn? kontrollieren wir jetzt erstmal so, ja rechts anhalten mit bis nach da vorne mit so, traffic stop guten tag der herr, wissen sie warum ich sie anhalte? ja sie sind da vorne, an dem split, irgendwie komisch gefahren, haben sie sich irgendwie verfahren oder irgendwas? haben sie getrunken? ach sie haben getrunken? ähm, haben sie auch irgendwelche drogen? okay, kann ich dein fahrzeug dann besuchen? ja ne, sie können, meins nicht, durchsuchen okay, ähm, dann bitte einmal der führerschein geilen Moment bitte austin brown austin brown okay, bei dem passt ja nicht alles äh, zentral noch einmal kennzeichen 88UXC383 okay, jetzt habe ich noch eine bitte, einmal bitte blasen bis das grün blinkt okay, sie haben noch nicht genügend Alkohol getrunken und einmal bitte den Drogentest machen negativ so, dann durchsuche ich noch ihren Kofferraum und dann können sie eigentlich lieber davon beziehungsweise ich durchsuche ihr Fahrzeug noch, schön aber wenn sie es nicht wollen, aber es muss sein so okay ähm ich glaube, ich verlasse es mir jetzt bei einer Verwarnung normalerweise könnte ich ihnen dafür ein Ticket geben, aber ich komme so schlimm war es jetzt nicht, niemand ist was passiert, also fahren sie weiter, vorsichtig und ja gut steigen wir mal da ein das sieht ja gerade aus, wie wenn der Fahrradfahrer da mit einer Schrotflinte stehen würde ei, ei, ei ah, Obstand schade, dass man nichts kaufen kann ach, guck mal schon war es süß gewesen ich bin Bain County geht nicht so viel ab wie in der City, ist klar, aber da können auch Einsätze reinkommen als cabrio wir werden da schon irgendwo von hier hinkommen das verstanden hat müssen wir den da kontrollieren er hat uns einmal gedreht der kommt uns entgegen jetzt haben wir auch noch eine verfolgung sagt ein schön harte worte jetzt versucht er mich abzudringen wir wollen noch einmal verstärken wir machen hier mal drei es sei jetzt was macht okay das war jetzt der fahrer die koppel ohne witz der kraft herr abort auf der kohlel brecher ja und Ah, verdammt. Ah, hat jetzt unsere Sirene auch getroffen. Versuchen wir uns abzudrängen. Workshad muss die Karre jetzt eh, aber... Oh, 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 oh. Hallo. Ah, ich hab da halt keine Chance. Wir brauchen nochmal... ...schalten. In all Units, we have an officer requiring assistance in Zancudo River. Units respawn code 3. Copy that. On the way. Der Sirene, hey. Legendär. Du... Warum hält der an? Man kann nicht mal mehr hupen. Kann nicht mal mehr ausschalten. Oh Gott. Da wäre ich fast mit dem Kollegen reingerinnt. Das muss schneller gehen. Das muss viel, viel schneller gehen. Ich wusste aber nicht, ob der jetzt rechts abfährt. Deswegen. Das dreht er. Ich mach jetzt die Streifen. Wir haben den Telefon an der A1099 in der Redwood-Lights-Track. Komm raus aus dem Fahrzeug. Raus. Alter, oh. Komm runter auf den Boden, mein Freund. Netzt dich aus. Aber sofort. So. Dann bitte einmal hier rüber. So. Bitte hinknien. Hinknien. Klappe halten. Dann fahren wir erstmal die Kalle rein. Sie bleiben sitzen. So. Einmal bitte aussteigen. So. Tür zu. Sie sind jetzt zuerst auch mal festgenommen. Und sie kommen hier rüber. Nein, nicht zu ihrem Mann. Hier rüber. Oder lebensgefährlich. Ja, was auch immer sie sind. Freundinnen. Und was. Bitte einmal hier auf die Knie. So. Dann holen wir den Tau-Truck. So. Dann holen wir noch kurz unsere Fahrzeugrunde. Dann holen wir noch kurz unsere Fahrzeugrunde. Dann einmal einen Multitransport bitte. Assistance needed for a suspect placed under arrest in the Redwood Lights track. I'm 10-8. Roger. So. Hey. Mit der Karre können wir ja nicht mehr umfahren. So. Ähm. Jetzt reparieren wir erstmal kurz die Karre. Und so als erst nach dem Einsatz. Weil mit der kann man ja nichts mehr anfangen. Und es nervt die ganze Zeit. Wir haben einen Ambulanzkall in Grande-Sonora-Desert. Units respond, Code 3. So. All right. Give me something. Yes, Du. There's VOA, man. Ist ja schon gut. Ich fahre ja schon weg. Okay, nix mehr machen, oder? Könnt ihr noch was machen, oder? Probieren's die anderen. Ach, jetzt geht's. Große. Next time. It's not looking good. Only the next time. I hear that, friend. So, kriegen's das noch hin, oder? Any signs of life? It's not harmful. Okay. Rufenleiter Gottes. Müssen wir ihn für immer rufen. Verwohren, oder? Any available unit near the Redwood Lights track? We have a civilian requiring assistance in Harmony. So, aber ich kann ich leider nicht annehmen. Muss ich abgeben. Wir müssen hier noch den. Victor 13, we're at the little coffee shop around the corner. So, noch kurz mein Ding aufsitzt, meine Brille, oder? Da. Da, der Corona-Wagen ist auch neu. Mann, bleibst du doch mal ruhig hier. Komm, fahren sie weiter. So. Hier wollen wir einmal noch die Barriere ab. So. Ja, das ist schön und gut. So. So, go ahead, Goss. Oh, I didn't have one. You better stop that damn car. Oh, shit. Boah, scheiße. Nimm doch die Schrötze. Officer down, officer down. Und so. Einmal den. Alter. So. Mal hier die Barriere. Mal hier die Barriere. Plus die Barriere dann noch hier. So. Abgesperrt. Alter Schwede. Steigen die da einfach aus. Was eine Ballerei hier. Oh, oh, oh. Mal bitte auf dem Boden. Diesen festgenommen. Ich bin festgenommen. Ich bin festgenommen. Ja, den haben wir verloren. Ich bin hier. Einmal wieder hier rüber. Und zum Anlauf. So. 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 Oh, einmal auf die Knie bitte. Dankeschön. So, dann brauchen wir noch Corona. Sonora Road, bitte. Ah, okay. Und einmal bitte noch ein Transport an die gleiche Position. Assistance needed for a suspect placed under arrest on Sonora Road. Sonora Road. Roger that. Genau. Ähm. Jetzt beruhigt euch doch mal. Mein Gott. Ach so, jetzt habe ich den hierher getippelt. Ich dachte, das wäre ein Grantsch. Ach, wow. So, jetzt steck mich ein. Jetzt steckt der Typ noch ein. Ach, die Corona. Die KI in GTA. Ich liebe sie einfach. Hei, hei. Heut wird's spannender. Oh, wow, wow. Motor. Motor. Ah, Kultur, ja. Ähm, Traffic Stop Backup. Okay. Guten Tag. Äh, how night? Ähm, schön siehst du sehen, sagt er. Do you understand why people don't wear seat rules? Was? Äh. Was verstehe ich? Warum people? So, okay. So, okay. Try after he wasn't. Okay. 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 Wir will ein Ticket geben. Wir sollen aufpassen, dass ihm nichts passiert. Gehen wir da, können wir mit das Schaufenwerfhörer nicht, dass der aussteckt. So, okay. Schon ist passiert. Und Code 4. Schönen Abend noch. Entschuldigung, Mrs. Dispatch. Wir sind Code 4. Keine weitere Uniten sind gebraucht. Code 4, das war's. Was ist denn jetzt los? Was ist denn jetzt los? Komm, auf. Hey, hey. Auf ihn zu treten. Hallo. Komm runter. Komm, runter. Runde auf den Boden. Runde auf den Boden. Mit festgenommen. Alter, was geht denn heute ab? Wollen wir jetzt hier rüber. Rüber. Mann, du kannst dir nicht hier einfach helfen. Noch runter. Wollen wir noch schnell. WMS. Oh, die fahren mich jedes Mal fast um. Attention Unit 1, Lincoln 18, we have stolen police vehicle on Joshua Road. Hey, die hat ne... Queen 2, we are on our way. Ich hab hier's nicht. So. Wo kommst denn du eigentlich her, du... Sorry. Ähm. So. Attention Unit 1, Lincoln 18. 18, we have a 1099 in Grande Sonora Desert. So, einmal bitte hier das auch noch. Und F6 jetzt rechts mir hier, Alter, ohne Witz. Dispatch, das ist Ocean 1 responding. Ja, die machen das schon. Ey, 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 ey. Aber, ich seh's schon. So. Ist doch ein schöner Place zum, äh, letzten Wort sozusagen. Ihr kennt schon, ähm, wie gesagt, dankeschön fürs Zuschauen. Ich freu mich immer, wenn ihr die ganzen Folgen guckt, ähm, Daumen hoch, falls es dir gefallen hat, äh, Kommentar, was ich besser machen kann, oder, ja, schreib halt einen Kommentar. Ähm, falls du noch kein Abonnent bist, abonniere mich, ich würd mich sehr freuen. Auf jeden Fall nochmal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge LSP-DFR. Tschüss.